Guten Tag, heute Abend gibt es einen Stream auf Twitch um ca. 19 Uhr. Der Link steht in der Beschreibung, vielleicht auch woanders. Ihr könnt, wenn ihr das Bedürfnis dazu habt, gerne vorbeischauen. Ich werde möglicherweise Patrick der Erlöser spielen oder Dark Souls 2 oder etwas völlig anderes. Auf jeden Fall seid ihr herzlich dazu eingeladen. Es wird mit Sicherheit der grandioseste Abend, den ihr jemals erleben durftet. Wahrscheinlich nicht, aber... Ja, kommt vorbei, lasst es bleiben. Eure Wahl.